Wie würde ein Krankenhausaufenthalt in unserer Abteilung ungefähr ablaufen als Beispiel? Jetzt nehmen wir mal an, wir stellen uns einen Patienten vor, der hat Bauchschmerzen, wird entweder vom Hausarzt eingewiesen oder, weil es schlimm ist, vom Notarzt eingeliefert, kommt zunächst bei uns in die Notaufnahme. In der Notaufnahme wird der Patient von einem Assistenzarzt oder Assistenzärztin gesehen. Dann, wenn die ersten Informationen vorliegen, wird auch gleich ein Oberarzt hinzugerufen. Man schaut sich den Patienten gemeinsam an, befragt den Patienten ausführlich, das ist das Entscheidende, um zu verstehen, wo das Problem liegen könnte. Untersucht den Patienten, das dient auch noch mal der Problemfindung. Und wenn wir jetzt beispielsweise Hinweise haben, jetzt der Patient hat gesagt, er hat Schmerzen am Oberbauch und beim Druck in diesem Bereich tut es ihm auch weh, dann hätte man als Beispiel den Verdacht, dass der Patient vielleicht Gallensteine hat. Und dann würden wir den Patienten fragen, zum Beispiel, wie ist die Stuhlfarbe? Wenn der Patient mir dann sagt, dass der Stuhl sich zuletzt aufgehellt hat, dann wäre der Verdacht erhärtet, dass er einen Stein im Gallengang hätte. In diesem Fall würden wir dann auch gleich einen Ultraschall machen können, um auch den Gallengang anzusehen und würden auch Laboruntersuchungen anfordern, die die entsprechende Werte anzeigen, ob eine Galleabflussstörung vorliegt und ob vielleicht auch eine Infektion vorliegt. Wenn dann die ersten Informationen da sind, Ultraschall und Laboruntersuchungen, dann bekommt der Patient natürlich auch vorher schon ein Schmerzmittel, dass die Schmerzen gedämpft sind, wenn eine Infektion vorliegen würde, bereits in der Notaufnahme, das erste Antibiotikum. Dann wird der Patient, dann werden die Anordnungen geschrieben für die Station, dann kommt der Patient auf die Station. Wenn das Problem sehr ernst ist, wenn zum Beispiel eine Blutvergiftung vorliegen würde, würde der Patient auf die Intensivstation verlegt werden. Es wird dann vom Oberarzt festgelegt, welche Medikamente der Patient bekommen soll und welche Eingriffe notwendig sind. Wenn zum Beispiel in diesem Fall ein Stein im Bereich der Gallenwege im Ultraschall gesehen wird und auch die Laborwerte darauf hinweisen, würde dann ein Eingriff im Bereich der Gallenwege anstehen. Das heißt, man würde den Patienten am nächsten Tag nüchtern lassen. Man würde dann mit Hilfe einer Untersuchung, die einer Magenspiegelung ähnelt, den Gallengang inspizieren, eröffnen und die Gallenwege reinigen. Das ist schon ein etwas aufwändigerer Eingriff, aber verläuft ohne Messer. Dann erholt sich der Patient, bekommt beispielsweise danach noch weiter Antibiotika. Man beobachtet den Zustand des Patienten in den nächsten ein, zwei Tagen, dass hoffentlich keine Schmerzen mehr bestehen, die Laborwerte sich bessern und auch die Infektwerte sich verbessern. Wenn nötig, bekommt der Patient für die Zeit seines Krankenhausaufenthaltes noch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und wenn dann natürlich die Entlassung ansteht, aber auch vorher schon wird die Entlassung geplant, wir müssen sicher gehen, dass der Patient versorgt ist. Wenn es ein zuvor gesunder, fitter Patient war, dann werden wir den Hausarzt informieren, dass er entlassen wird, damit er auch Bescheid weiß, was passieren muss, also was nach der Entlassung passieren muss. Wir haben es aber auch natürlich mit betagten Patienten zu tun, die hilfsbedürftig sind. Da wird vorher zusammen mit unserem Sozialdienst die Versorgung geklärt. Wir müssen einfach sicherstellen, dass der Patient auch zu Hause gut versorgt ist und die Hilfe hat, die er benötigt. Wir können also keinen alten, schwachen Menschen nach Hause schicken mit dem Taxi und die Augen verschließen vor dem, was danach passiert. Wir sind da gewissenhaft und diese Dinge werden vorbereitet und der Patient wird erst dann entlassen, wenn die Versorgung nach der Entlassung auch gewährleistet ist. Wenn es erforderlich ist, werden bei solchen Patienten natürlich auch die Angehörigen mit ins Boot geholt und die Dinge nicht nur mit dem Hausarzt, sondern auch mit den Angehörigen besprochen, damit der Patient auch nach der Entlassung gut versorgt ist.